Diverse Gangster der russischen Unterwelt haben sich gegen den Kreml und den Angriffskrieg in der Ukraine ausgesprochen. Russlands Präsident Putin und Prigoshin, der Chef der Söldnergruppe Wagner, stehen im Zentrum der Kritik. Grisha Moskowski, ein hochrangiges Mitglied einer Moskauer Verbrecherbande, warnte Gefängnisinsassen davor, sich von der Gruppe anwerben zu lassen. Prigoshins Söldner werben ihre Soldaten oftmals in russischen Gefängnissen an, für eine mögliche Haftverkürzung müssen diese in der Ukraine an der Front kämpfen. Kein Mann, der vor sich selbst Respekt habe, würde gegen Frauen, Kinder und Alte in der Ukraine kämpfen, stellte Grisha Moskowski klar. Der ehemalige Gefängnisinsasse Sascha Korara betont in einem Video, dass er mit Prigoshin eingesessen habe. Dabei erklärt er, dass Prigoshin im Gefängnis ganz unten in der Gefängnisrangordnung stand. Außerdem hätte Putins Freund und Handlanger Prigoshin im Gefängnis für sexuelle Gefälligkeiten herhalten müssen, wie Korara im Video erzählt. Er hatte seinen Platz und kannte seinen Platz, betonte Korara. Dies sei nicht nur die schlimmstmögliche Demütigung von Prigoshin, sondern auch ein Angriff auf den Kreml und die Invasion der Ukraine, erklären Russland-Experten. Außerdem sollen Gangster wie Korara schon länger Auftragsmörder auf Prigoshin und Putin angesetzt haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017